Gut, okay, da sind wir wieder. In der Höhle. Ja, willkommen zurück zum Might & Magic 10 Legacy. Wir speichern erst einmal ab. Auch wenn ich eigentlich schon gespeichert habe, das ist aber egal. Und gehen wir hier hoch. Was ist das denn? Eckenhalbinsel? Ach, hier ist die Rampe. Hier ist alles vorbei. Okay. Gut, das heißt, wir haben alles soweit abgeschlossen und können hier aber jederzeit wieder rein. Ich bin ja gespannt, wo wir da rauskommen. An welcher Stelle. Komm, lass mich raus. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendein Level in dieser Höhle gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Kann natürlich sein. Immer noch ein wenig fertig von dem Wochenende mit über 50 Folgen. Boah, das hat mich doch geschafft. Aber ich habe irgendwie den Willen, Might & Magic 10 Legacy so langsam zu Ende zu bringen. Wir sind wieder draußen. Auftrag aktualisiert. Erstatte John Morgan Bericht am Eschenhügel. Das machen wir später. Warte mal. Ach so? Der Eingang ist jetzt auch der Ausgang. Na toll. Ich hoffe, das bleibt dann auch so, dass wir jetzt jederzeit durch die Tür gleich zu den Dunkelelfen kommen und nicht immer durch die erste Etage runterrennen müssen. Wenn wir überhaupt noch mal reinkommen. Ist ja auch immer noch so eine Sache. Hätten wir der anderen den Talisman geben müssen? Ich weiß es nicht. Wenn ja, können wir noch mal zurücklaufen. Ich kann noch mal zurücklaufen. Ohne euch. Dann müsst ihr das nicht alles mit ansehen. An den Zyklopen vorbei. Viel weiter südlich. Wir müssen die Spinne erst machen. Ah, warte mal. Bin ich doch auch falsch. Hä? Links abbiegen. Noch mal links und wieder rechts. Ja. So. So. Ach Gott, nee. Gut. Wir sind ja eh in der Nähe von Seehafen. Dann können wir auch gleich die Spinne besuchen. Auch wenn ich da nicht sonderlich Lust drauf habe. Aber wer hat schon Lust, eine Riesenspinne zu töten, gegen die man eigentlich kaum ankommt? Wer weiß, vielleicht kommen wir ja jetzt gegen sie an. Arcane Disziplin. Deine ist noch nicht ganz voll. Bei dir haben wir gar keine. Okay. Dann bei dir auch nicht ganz voll. Und bei dir ist sie voll. Sehr schön. Das können wir wenigstens auf Experte bringen. Und das wird so notwendig sein. Ich hoffe bloß, dass wir das auch in Seehafen machen können. Dass wir nicht unbedingt nach Sorpikal wieder zurück müssen. Rechtsrum und rein da. Wenn man Arcane Disziplin steigern kann, dann in der Bibliothek oder bei einem Talisman-Händler. So ungefähr stelle ich mir das vor. Das sind ja eigentlich die Zauberer. Ja. Das Schöne ist, man kann ein Pferd benutzen, eine Kutsche. Dann ist man auch gleich wieder in einer anderen Stadt. Da lang. So, da war die Stadtgarnison. Da ist Bear. Ja, siehst du. Gut, schon auswendig gelernt. Hm. Die große Stadt hat Dwarven und Elfen und Menschen und Nagas. Aber keine Ahnung. Ja, du Arme. Dafür siehst du die in der Klippe. Ziemlich häufig. Sei mal nicht traurig. Gut. Hier rein. Und dann gucken wir mal nach. Vielleicht hat der Arcane Disziplin. Meister mit der Armbrust. Das ist ja ganz was anderes. Der Wanderprediger. Eine Axt. Aber das scheint eine große Axt zu sein. Die können wir wieder eh nicht, äh, eh wieder nicht benutzen. Das ist nicht gut. Wo war das Pferd? Da hinten bei Arthur. Aber warte. Da ist noch die Bibliothek. Da gucke ich nochmal kurz rein. Und ansonsten wird das in Sorpigal sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Sorpigal war. Denn ich glaube, das war ziemlich früh im Spiel, dass ich mich gewundert habe. Was soll ich mit Arcane Disziplin? Ja, magischer Foki. Nein, wir gehen nach Sorpigal. Wir bringen Sadi aus, wie die Frau, die wir in der Krähenfestung gefunden haben. Die gute Dame, die Geisterdame. Und rechts rum, rechts rum. Moin. Ab nach Sorpigal. Wir müssen. Denn wir wollen die Arcane Disziplin unbedingt für Rassia haben. Sie ist unsere Heilerin. Und sie wird dafür sorgen, dass wir hier ordentlich überleben. Heißt, heilen, heilen, heilen. Schlecht wird es dann, wenn die Spinne einen vergiftet. Aber ich werde versuchen, die Spinne nur mit Fernkampfangriffen zu attackieren. Und ich habe ein bisschen was über die Spinne gelesen. Unter anderem... Wo war das denn hier? Ach da, da war das. Unter anderem, dass sie diesen Käfig eben macht. Der Käfig nach drei Runden explodiert, dass man ihn bis dahin zerstört haben sollte. Ansonsten bekommt man Schaden. Schlecht wird es, wenn man den Käfig um sich hat und die dann noch auf einen schießen kann. Dann haben wir echt die A-Karte. Experte für magischer Fucke. Hör auf! Wo finde ich bitte schön die Arcane Disziplin? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dabei war das jetzt die Talisman-Händlerin. Dann muss ja hier unten bei der Bibliothek hoffentlich die Arcane Disziplin sein. Es ist ja auch die Arcane-Bibliothek. Also es wäre schön. Zu schade, dass wir das für Melina und für Ava nicht mehr hinbekommen. Aber gut, geht nicht anders. Experte, Arcane Disziplin für Rassia. Und da weiß ich wenigstens, wo ich das nächste Mal hinzugehen habe. Der hat sich mit dem Rücken zu uns gedreht. Der wollte sich nicht mit uns unterhalten. Kann ich verstehen. Wir sind ja auch nicht immer die nettesten Leute gewesen. Pferd, Pferd, Pferd. Stadt Garnison. Oh Gott, wo war das Pferd? Ach, da hinten. Die Pferde-Oase, genau. Meine Stimme will auch nicht so ganz mitmachen, den ganzen Tag auf Arbeit reden und dann hier am Ende noch ein Let's Play zu drehen, ist nicht immer besonders toll. Seehafen. Seehafen. Ja. Und von Seehafen aus dann runter. In die verschollene Stadt. Gegen die Spinne. Die letzte Stätte, die uns dort noch fehlt. Und endlich. Verdammt. Diesen ollen letzten Splitter holen. Mensch, die letzte Scherbe. Die uns noch fehlt, um bei der Schmiede der Elemente ordentlich voranzukommen. Uns fehlt ja nur noch eine einzige Sache. Ein einziger Segen. Und dass diese olle Spinne uns die ganze Zeit abhält, das nervt mich total. Ich muss ja erstmal auf der Karte gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Let's find a nice inn with a nice fireplace and call it a day. Nein. Und südlich. Jetzt runter hier. Oh Gott, nee. Ich sag euch, das ist Leben. Das ist Leben. Wenn du das sagst, easy money. Also gegen die Spinne bin ich froh, wenn wir da durch sind. Ich frag mich auch, wie man das früher hätte hinkriegen sollen. Ich meine, unsere Leute sind nicht schlecht in der Arkan-Disziplin. Ja, das sieht ja doch ganz gut aus. Aber wo müssen wir hin? Drei. Da unten. Ach so, ja, genau. Und ich hab immer Radarsense gedacht. Also Radarsinn. Aber nein, es war der Radarsense. Schade, der Jagdinstinkt. Aber ich glaub, das hatte ich auch schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen. Da lag schon eine Spinne. Ich will nicht dran denken. Wirklich nicht. Allein wie grausam der letzte Kampf verlaufen ist. Wie sieht's überhaupt aus? 29. Ich glaub, wir haben zwei oder drei Level sogar gemacht. Waren wir nicht mit 26 hier? Irgendwie so. Na gut, wir werden sie uns jetzt holen, hoffe ich. Hier drin ist sie. Speichern. Nee, erst rasten. Und dann speichern. LP03. Dann darfst du, während wir hier stehen. Ach Gott, nee, geh. Ähm, Dunkelmagie? Nein. Wassermagie, magischer Fugie. Warte mal, wo sind die Fertigkeiten? Zauber da. Arcane Abwendung. Äh, Erdabwendung. Erdmagie Abwendung? Huch, nee. So. Genau. Und dann rein. Ja, ja. Komm mal runter. Ah, ich hätt die Schilder noch machen sollen. Ja gut, da hab ich... Jetzt noch mal Zeit. So. Treffer. Autsch. Einmal hochheilen. Schuss. Sehr schöner Treffer. Pause. Autsch. Ihr macht mal... Nö, reicht eine Heilung. Sehr gut. Das heißt, du kannst noch mal draufschießen. Pause. Ich werd garantiert nicht reingehen können. Aber du hast gleich keine Mana mehr. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach hinten. Ach, können wir gar nicht. Oh, das war doof. Mach du mal ne Mitteilung. Und du... So. Nicht Mitteilung. Das ist so ne Mitteilung. Okay. Einen Schuss dürften wir noch überleben. Ich geh rückwärts. Jo. Und weg. Gut. Mal nochmal hoch. Du machst auch noch ne Heilung. Dann wirst du einen Pott trinken. So. Da ist er wieder. Entschuldigt. Da war doch wieder ein Anruf dazwischen. Aber wir haben uns jetzt soweit hochgeheilt. Die Spinne ist nicht hier rumgekommen. Also nicht runter. Und sie haut wohl ab, wenn man einen Nahkampfangriff startet. Das heißt, wir schützen uns jetzt nochmal durch. Okay. Melina wird gleich noch einen Heelpott trinken. Äh, einen Mana-Pott. Uah, wo kommst du denn her? Da ist die doch tatsächlich näher gekrabbelt. Seit wann macht die das denn? Na gut. Soll sie machen. Hm, das hat ja richtig viel gebracht. Scheint ne magische Spinne zu sein. Kristallkäfig. Ja, nee, ist klar. Und sonst so. Das war die erste Runde. Zweite Runde. Mach schon mal ne Heilung rein. Dritte Runde. Okay. Ist nicht explodiert. Vielleicht sind's ein paar mehr Runden. Ich hab keine Ahnung. Du trinkst jetzt erstmal einen Pott. Du erneuerst die Schilde. Hm, das ist wieder klasse. Jetzt steht die direkt neben uns. Oder so. Das geht auch. Ja, ja. Spuck mal. Wir kommen näher. So, noch einmal die Schilde rein. Eins. Zwei. Und nach nebenan. Warum machst du das nicht? Achso. Weil ihr beide euch schon bewegen. Dann sagt das doch. Kannst du schießen? Ja, kannst du. Kannst du auch schießen? Nein. Pause, Pause. Okay, vielleicht solltest du noch einen Mana-Pott trinken. Während Melina von hier aus weiter schießt. Das ist das Schöne, wenn man Großmeister mit dem Bogen ist. Vielleicht geht's auch so, dass wir sie jetzt nur noch beschießen. Oder auch nicht. Weg hier. Dann gehen wir mal näher ran. Alma. Schutzschild rein. Pause, Pause. Und nach nebenan. Was? Hallo. Okay. Ähm. Ja. Feuer nützt nicht ganz so viel. Machen wir den da? Gar nichts. Aber die Hälfte haben wir jetzt. Okay. Halte ich mal selber. Sieht gut aus. Ja, das tut weh. Explosiver Käfig. Aha. Was steht da? Kristallkuppel. Oszilliert immer stärker. Bis in drei Runden explodiert. Okay. Eine Runde. Aber der macht nichts. Der explodiert nicht. Zwei Runden oben. Vielleicht aber doch. Autsch. Explodiert. Achso. Jetzt ist der schon. Das ist ja blöd gelaufen. Okay. Jetzt ist er weg. Hä? Gut. Muss ich nicht verstehen. Ist halt so. Ach. Schilder wieder rein. Mach mal eine Arcane ab. Achso. Kannst du jetzt nicht? Pause, Pause. Mach mal eine Arcane Abwendung. Meinetwegen noch eine Heilung rein. Pause, Pause. Ab nach nebenan. Die greift gar nicht von hinten an. Hör auf zu labern. Eins. Nein. Nicht tauschen. Zwei. Feuer. Pause. Na ja. Spuck ruhig. Das ist nicht schlimm. Schuss. Ach. Verfehlt. Verfehlt. Ja. Oh Gott. Mach du mal eine Heilung. Du brauchst dringend einen Wiederherstellungstrank. Sehr schön. Schuss. Sie müsste gleich down sein. Heißt Schuss. Pause. Feuer. Okay. Da hinten ist das in Ordnung. Den wir treffen trotzdem. Okay, Pubby. Jetzt war's das. Endlich. Wir haben ein Level up. Für Durin. Level 30. Jetzt werde ich heiser. Oh Gott. Scheiße. Geil. Entschuldigung. Sagt man nicht. Aber ich bin happy. Gott. Oh, dann können wir bald Großmeister Schild machen. Ich habe die Arcane Disziplin vergessen. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Meine Fresse. Wir haben sie weg. Geiler Mist. Echt? Jetzt ist vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Ich bin super glücklich. Gut. Gut. Gut.